Ich unterstehe keinen Gesetzen, außer den Gesetzen Gottes. Und das sind die Gesetze der Freiheit. Vor ein paar Tagen kam als Rückmeldung auf die Umfrage, wo die Schwierigkeiten sind, die Probleme, die Blockaden mit dem Kurs, den Kurs anzuwenden, den Kurs zu verstehen und so weiter. Diese Rückmeldung. In Momenten der Stille spüre ich absolute Erleichterung, all die weltlichen Ziele aufzugeben und bin voll im Frieden. Wenn ich dann wieder in Aktion treten muss, merke ich allerdings, dass an den weltlichen Zielen, die das scheinbare Überleben sichern, dennoch nicht vorbeigegangen werden kann. Auch wenn ich über den Tag innerlich meine wahre Funktion aufrufe und beharrlich am Vergeben und Lieben bin, da haben wir dennoch einen Konflikt mit Geldverdienen und der Art und Weise, wie wir es momentan verdienen müssen, weil das, was wir von Herzen gerne tun, nicht gut läuft. Und das ist vollgepackt mit Lernpotenzial, mit Geschenkpotenzial. Danke für diese Nachricht, denn hier können wir wirklich aufräumen und mit dem Gedanken heute gehen, ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Und lass es uns ruhig so sehen, dass es ein Training ist. Das soll dich in keinster Weise in deinem Lernen begrenzen. Es soll dich in keinster Weise darin begrenzen, dass du nicht jetzt sofort den Kurs in seiner Gesamtzeit lernen kannst und vollständig gegenwärtig erinnerst, wer du bist. Und wenn es für dich aussieht wie ein Prozess, so wie ich hier gerade beschrieben, dann sind wir der Einsicht nahe, dass unser Geist gespalten ist, zwischen zwei Denksystemen. Und hier können wir wirklich die Frage beantworten, was gibt es da für mich zu tun? Also was ist mit meinen weltlichen Dingen, die ich ja tun muss, um zu leben? Und diesem Gedanken, ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Hier geht es um Anwendungen. Hier geht es darum, dass wenn ich auf diese Glaubenssätze stoße, zum Beispiel das, was ich gerne tun möchte, läuft nicht gut und es deckt nicht mein Einkommen. Das, was ich tue, mag ich nicht gerne, aber ich muss es tun, weil es mein Überleben sichert. Und da reinzugehen und zu sagen, Moment, das sind Gedanken, das sind Ideen, die ich denke. Und diese Ideen brauche ich jetzt nicht mehr und ich wechsle sie aus durch diesen Gedanken. Ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Und darin wird mein Geist an den Punkten, wo ich mich vormals beschränkt habe, neu unterwiesen. Ich muss an den vergangenen Lektionen nicht mehr festhalten, dass das, was ich gerne tun würde, ich nicht tun kann, weil ich ja Geld verdienen muss. Das ist ein Glaubenssatz. Hier, neuliger Geist, den biete ich dir an und ich nehme dafür gerne den Ersatz entgegen. Ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Also wenn die Frage danach ist, okay, wie sieht es denn aus mit der Miete im nächsten Monat? Die kann ich nicht zahlen oder ich sehe nicht, wie ich sie zahlen kann. Die Frage ist, wie bist du überhaupt so weit gekommen? Wie bist du, keine Ahnung, 50, 60, 30 oder 120 Jahre alt geworden, wo du jetzt auf einmal nächste Woche die Miete nicht zahlen kannst? Kann es vielleicht sein, dass du diesen Gedanken oft hattest und dennoch irgendwie diesen Monat die Miete zahlen konntest? Ja, und dann kommen wir direkt zurück zu Lektion 50. Ich werde von der Liebe Gottes alten. Es ist wahr. Und die Sorge, die ich mir mache, die projiziere ich ja immer auf die Zukunft und immer auf einen Körper. Ein Bild, was ich von mir habe. Aber wenn ich meinen Geist korrigieren lasse, wenn ich neu entscheide, wenn ich dieses Training mache, sehe ich, dass die Probleme, wie ich sie buchstäblich erfunden habe, wirklich vor meinem Auge zusehen, ich kann dabei zusehen, wie sie verschwinden und nicht mehr da sind. Und dann ist vielleicht höchstens noch die Frage da, ja, was ist denn jetzt noch mein Problem? Oder es ist klar, ich habe keins. Ich habe tatsächlich kein Problem, denn ich unterstehe tatsächlich kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Ich hoffe, diese Frage haben wir zumindest im Ansatz irgendwie beantwortet. Und ich möchte jetzt einsteigen in Lektion 76. Wir haben bereits festgestellt, wie viele unsinnige Dinge dir als Erlösung erscheinen oder erschienen. Ja, Vergangenheit. Das ist schon eine Wahrheit, wobei ein Jedes hat dich mit Gesetzen gefangen gesetzt, die ebenso unsinnig sind wie es selbst. Du bist nicht durch sie gebunden. Um jedoch zu verstehen, dass dies so ist, musst du zuerst begreifen, dass die Erlösung nicht dort liegt. Solange du in Dingen danach suchst, die keinerlei Bedeutung haben, bindest du dich an Gesetze, die keinen Sinn ergeben. Ja, aber was bringt dir mehr Lebensqualität? Was bringt dir mehr von dem, was du willst? Was bringt dir weniger von dem, was du nicht willst? Ja, so binde ich mich an Gesetze, die keinen Sinn ergeben. Mehr Urlaub, weniger Arbeit, mehr Geld, weniger Ausgaben, mehr Freunde, weniger Feinde und so weiter. So suchst du zu beweisen, dass die Erlösung dort ist, wo sie nicht ist. Und das kann nicht bewiesen werden. Heute wollen wir froh sein, dass du es nicht beweisen kannst. Dann könntest du es, würdest du in aller Ewigkeit die Erlösung dort suchen, wo sie nicht ist und sie niemals finden. Das wäre ja schrecklich. Es wäre wie, du bist ewig an die Wüste gekettet und kommst da nicht raus. Der heutige Leitgedanke sagt dir erneut, wie einfach die Erlösung ist. Suche dort danach, wo sie auf dich wartet und du wirst sie finden. Okay, und das ist das, wofür wir uns gegenwärtig verabredet haben. Suche sonst nirgends, denn sie ist sonst nirgends. Danke, danke, dass wir hier jetzt suchen und hier jetzt finden. In diesem Moment, in dieser Ausrichtung auf das Lüften des Schleiers, den wir durch die Suche im Außen fest zementiert und seinen Platz gehalten haben. Denk an die Freiheit in der Einsicht, dass du an all die sonderbaren und verdrehten Gesetze nicht gebunden bist, die du aufgestellt hast, um dich zu retten. Du meinst tatsächlich, dass du verhungerst, wenn du nicht Stapel farbiger Papierschnipsel und Haufen kleiner Scheiben aus Metall besitzt. Mach hier keinen Kompromiss, denn dieser Kurs ist kompromisslos und der geht komplett an der Welt vorbei. Und weil es ein All-Inclusive-Paket ist, hast du weltlich alles, was du hier brauchst. Du kannst hier dran vorbeigehen und du hast alles, was du brauchst. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen, weil sie an der Welt vorbeigehen. Du meinst tatsächlich, dass ein kleines, rundes Kügelchen oder eine Flüssigkeit, die durch eine spitze Nadel in deine Adern gedrückt wird, Krankheit und Tod abwendet. Du meinst tatsächlich, du seist allein, wenn nicht ein anderer Körper bei dir ist. Es ist der Wahnsinn, der diese Dinge denkt. Du sagst, dass sie Gesetze sind und reißt sie unter verschiedenen Bezeichnungen in einen langen Katalog von Ritualen ein. All die Dinge, die wir tagtäglich tun, alles das, was wir glauben, was notwendig ist, um zu leben. Und das ist wirklich alles kompletter Wahnsinn. Denn ich bin kein Körper, ich bin frei. Du bist kein Körper, du bist frei. Schau, wir gehen in eine gegenwärtige Reflexion. Wir sagen nicht, hey, von jetzt an atme nie wieder, von jetzt an isse nie wieder, trinke nie wieder. Das ist nicht, was wir hier sagen. Sondern was wir sagen ist, in diesem Moment trainiere ich meinen Geist und richte mich gegenwärtig auf das hier aus, was mir von außerhalb von Raum und Zeit in diesem Moment der Verbindung angeboten ist. Du denkst, du müsstest den Gesetzen der Medizin, der Wirtschaft und Gesundheit folgen. Schütze den Körper und du bist gerettet. Das sind keine Gesetze, sondern das ist der Wahnsinn. Der Körper wird durch den Geist gefährdet, der sich selbst verletzt. Und da muss die Korrektur, auf diese Ebene muss die Korrektur hin, auf die Ebene des Geistes. Und dort ist sie auch. Der Körper leidet bloß, damit der Geist nicht sieht, dass er sein eigenes Opfer ist. Das Körpers Leiden ist eine Maske, die vom Geist empor gehalten wird, um das zu verbergen, was wirklich leidet. Und er will nicht verstehen, dass er sein eigener Feind ist, dass er sich selber angreift und sterben will. Lass mich das hier richtig hören. Das ist gut. Denn wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Feind wirklich unser eigenes Denken ist, dass wir, an anderer Stelle sagt Jesus, dass du dir ständig Strafen für dich ausdenkst, dann kann die Ursache des Leides auch wirklich aufgehoben werden. Wenn du in einem Supermarkt zu einer Inventur eingeladen wirst, könnte ja passieren, und dir gesagt wird, okay, jetzt zähl doch mal alle Produkte durch und dann schreiben wir das hier in diese Liste ein. Dann haben wir eine definitive Liste von den Dingen, die da sind. Und wir wissen genau, wie es aussieht. Falls was fehlen sollte, dann wissen wir das. Dann ist es nicht, ja, wir hoffen mal, dass alles da ist, sondern wir wissen, an welcher Stelle es an irgendetwas fehlt, und können die Lösung dafür in Angriff nehmen. Also hier ist es, okay, woher kommt das Leid? Du tust dir das selber an. Ich lasse es durch deine eigenen Gedanken und Überzeugungen. Und hier ist die Korrektur, nämlich ein neuer Gedanke. Ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Ah ja, okay, danke für die Information, die gerade hier reinkommt. Okay. Es gibt keine Gesetze außer den Gesetzen Gottes. Es ist notwendig, das ständig zu wiederholen, bis du begreifst, dass es auf alles zutrifft, was du in Opposition zu Gottes Willen gemacht hast. Deine Magie ist ohne Bedeutung. Das, was sie retten soll, das existiert nicht. Nur das, was sie verbergen soll, wird dich erretten. Ja, wow. Komm, und dann können wir diesen ganzen Wolkenvernebelungsmechanismus einfach mal hinter uns lassen, indem wir Dinge reinprojizieren, von denen wir glauben, dass sie unsere Lösung bringen und wirklich den Geist aufräumen. Gottes Gesetze können niemals ersetzt werden. Wir wollen den heutigen Tag der Freude darüber widmen, dass dies so ist. Es ist keine Wahrheit mehr, die wir verbergen möchten. Stattdessen begreifen wir, dass es eine Wahrheit ist, die uns für immer frei macht. Ja, und hier stehe ich mit dir, genau an dem Punkt, wo du die Wandlung deines Geistes erlaubst und ich sie erlaube und nicht mit dem Ziehen und Zerren der alten Impulse mitgehst, sondern sagst, stopp. Stopp. Ich will mich nicht mehr zum Gefangenen machen durch meine eingebildeten Gesetze. Wenn ich jetzt hier anhalte, wird mir alles gegeben und alle Dinge im Himmel und auf Erden fallen von selbst an ihren richtigen Platz, ohne dass ich mich jetzt einmischen muss. Es braucht nur mein Finger rausnehmen aus diesem ganzen Wolkenprojektionsversuch, der überhaupt nichts hervorbringt außer Träume. Magie nimmt gefangen, Gottes Gesetze aber machen frei. Okay, das Licht ist gekommen, weil es keine Gesetze gibt außer den Seinen und wir sind heute hier, um diese Erleichterung und diese Erlösung zu erfahren. Wir wollen die längeren Übungszeiten heute mit einer kurzen Wiederholung der verschiedenen Arten von vermeintlichen Gesetzen beginnen, denen wir glauben, gehorchen zu müssen. Darunter könnten beispielsweise die in Anführungsstrichen Gesetze der Ernährung, der Impfungen, der medizinischen Behandlung und der unzähligen Arten von Schutz für den Körper fallen. Und das wurde ja hier in den 60ern geschrieben, da gab es doch kein Internet. Darunter könnten auch beispielsweise die Gesetze von Social Media, von den Bildern, die du machst und für die du Likes bekommst, von den Bildern, die du magst und die Kanäle, die du hörst, fallen. Sei richtig präsentiert oder hör die richtigen Präsentationen. Denk weiter nach. Du glaubst an die Gesetze der Freundschaft, der guten Beziehung oder der Gegenseitigkeit. Vielleicht meinst du sogar, es gäbe Gesetze, die da tun, was Gott gehört und was dein ist. Viele Religionen sind darauf aufgebaut. Sie möchten nicht erlösen, sondern im Namen des Himmels verdammen. Dass du einen strafenden Gott hast und diesem strafenden Gott sozusagen gnädig stimmen musst, weil er dich sonst zerstört oder etwas dir antut. Dabei sind sie nicht sonderbarer als andere vermeintliche Gesetze, von denen du behauptest, du müsstest sie befolgen, um sicher zu sein. Es gibt keine Gesetze außer den Gesetzen Gottes. Weise heute alle törichten, magischen Überzeugungen von dir und halte deinen Geist in stiller Bereitschaft, die Stimme zu hören, die dir die Wahrheit sagt. Du wirst auf einen hören, der sagt, dass es unter Gottes Gesetzen keinen Verlust gibt. Bezahlung wird weder geleistet noch entgegengenommen. Kein Tausch kann stattfinden. Es gibt keinen Ersatz und nichts wird von etwas anderem ersetzt. Gottes Gesetze geben in alle Ewigkeit und nehmen nie. Und du bist eins mit diesen Gesetzen. Sie geben in alle Ewigkeit und nehmen nie. Und nirgends ist ein Verlust. Und das hier zu erfahren und also hier in 3D oder in der Umgebung von 3D wieder zu akzeptieren und reflektiert zu sehen und aus 3D dadurch zu erwachen. Das ist, weswegen wir hier gegenwärtig in dem einzigen Moment der Zeit sind, die es gibt. Hör ihn, der dir dies sagt und sieh ein, wie töricht diese angeblichen Gesetze sind, von denen du gedacht hast, dass sie die Welt aufrechterhalten, die du zu sehen meintest. Höre dann weiter. Er wird dir noch mehr sagen über die Liebe, die dein Vater dir entgegenbringt, über die grenzenlose Freude, die er dir schenkt, über seine Sehnsucht nach seinem einzigen Sohn, der als sein Kanal für die Schöpfung erschaffen wurde und der ihm vorenthalten wird durch dessen Glauben an die Hölle. Heute wollen wir die Kanäle Gottes für ihn öffnen und zulassen, dass sein Wille sich durch uns zu ihm hin ausdehnt. So wird die Schöpfung endlos vermehrt. Seine Stimme wird uns davon berichten, wie auch von den Himmelsfreuden, die von seinen Gesetzen für immer grenzenlos erhalten werden. Mach hier keinen Deal, denn das ist vollkommen frei, kostenlos und ohne Bezahlung gegeben und ohne Handel. Wir wollen den heutigen Gedanken so lange wiederholen, bis wir gehört und verstanden haben. Das ist die Instruktion für heute. Wir wollen den heutigen Gedanken so lange wiederholen, bis wir gehört und verstanden haben, dass es keine Gesetze gibt außer den Gesetzen Gottes. Dann wollen wir die Übungszeit beschließen, indem wir unsere Hingabe mit folgenden Worten ausdrücken. Ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Wir wollen diese Hingabe heute so oft wie möglich wiederholen, mindestens drei bis fünf Mal in der Stunde, also alle zwölf bis 15 Minuten und auch als Antwort auf jede Versuchung während des Tages zu glauben, dass wir anderen Gesetzen unterstehen. Dass du jetzt hier dringend was tun musst, weil sonst was Böses passiert. Dass du hier dringend was sagen musst oder das Richtige sagen musst, damit nicht irgendwas ins Ungleichgewicht kommt in den guten vermeintlichen Beziehungen, damit nicht irgendwo ein finanzielles Desaster irgendwann eintritt, damit du und so weiter und so weiter. Kläre deinen Geist, nimm diesen neuen Gedanken an und alles, was es für dich braucht, rein weltlich, wird leicht durch dich auch seinen Platz finden, aber ohne die Glaubenssätze, an die du dich gekettet hast. Vormals. Es ist unsere Erklärung, dass wir von jeder Gefahr und jeder Tyrannei frei sind. Wow, und das ist so, so notwendig, wenn es das Einzige wäre, was wir lernen, in diesem gesamten 3D-Dasein. Dasein. Dann hätte sich diese 3D-Sequenz, die du mein Leben nennst, gelohnt. Du bist von jeder Gefahr und jeder Tyrannei frei. Und das ist, wann ist das, wann ist dein 3D-Leben? Wann beginnt es und wann endet es? Genau hier, genau jetzt. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hörst das, wofür du gekommen bist und wendest es an. Damit erkennen wir an, dass Gott unser Vater ist und dass sein Sohn erlöst ist. Wow, danke. Gott segne dich. Hab einen großartigen Tag in den Gesetzen Gottes. Wir sehen uns in diesem Moment. Musik